Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 4 Multiplay Modus. Wir spielen Team Deathmatch auf der Map. Morgddämmerung, 100 Tickets wieder am Start, 14 gegen 14, 32 Mann Server. Also kann sein, dass noch welche nachkommen. Oh shit, ich dachte das wäre schon eine Nate von den Gegnern. Oh, der guckt auf einmal links vorbei. Ich habe damit gerechnet, dass er rechts vorbeiläuft. Ja, GG hier schon mal. Erster Def schon mal am Start. Aber wir haben noch genug Zeit und Skills zu holen. Nate, oh da her. Okay, hier ist keiner mehr unten, oder was? Ne, sieht gut aus. Okay, die kommen von da. Oder von hier. Ah. Jo, ist klar. Der springt um die Ecke und killt mich instant mit der Schrotze. Ja ne, ist klar. Beitreten. Lauf und Sieg. Ne, Flieg und Sieg. So. Und laufen müssen wir auch. Das ist eigentlich gar nicht mal so falsch. Wo ist er denn? Nein. Nein, nein. Ach komm schon ey. Eingekillt und gleich wieder tot. Müssen wir ja gleich 2 zu 3 haben. Hm. Klammer. Ja, Tatsache. Das geht so doch nicht. Und wir liegen im Moment zurück. Okay, jetzt wieder Gleichstand. Ein hin und her. Ach man ey. Sein Ernst? Der stinkt. Mann ey. Gar nicht mal so gut. Würde ich schon fast behaupten. So, da hat doch eben einer geguckt. Guck nochmal. Hallo? Genau denn, wenn ich natürlich losgehen will, guckt er. Ja, das ist wieder so typisch. Wo sind die? Ich sehe niemanden da. Ich lag doch schon. Das ist doch ein Scherz. Das kann nicht angehen. Ich habe ein 27er Ping. Was ist das denn? Ich lag und der tötet mich. Ich glaube, das wird hier heute nichts Gutes mit uns. Wo sind die Gegner denn, ey? Gleich sehe ich keinen und gleich werde ich wieder von irgendwo gekriegt. Das ist doch ein Scherz, ey. Das ist doch ein Scherz, ey. Scheiß Shotgun-User, ey. Mann, ey. Mann, ey. So. Ich verstehe es nicht, ey. Warum? 2-6. GG. Well played. Schon. Da, da, wo sind die denn jetzt? Ja, da. Ne. Hä? Warum? Wie? Wo? Ja, denn sitzt er da. Das sind solche dreckigen Camper, ne? 2-7. GG. Komm, lass mich joinen. Mann, ich will doch nur ein bisschen was reißen. Ich will doch nur Content bringen. Alter. Und gute Gameplay-Szenen, natürlich. Sit down. Du Sackgesicht. Wo? Haha. Hab ich. Hab dich. Found ya. Jetzt zieht keiner mehr. Na, wo seid ihr, ihr Kleinen? Da. Von hinten? Wieso denn auch noch von hinten? Ja, okay. Aber schon mal 7-8. Ja, nice. 7-7. Läuft richtig. Haben richtigen Lauf, haben wir jetzt hier. Ach, gar keine Granätchen mehr. Holy moly. Für Distanz ist die M-Tar nix. Aber die Deagle ist für jede Distanz etwas. Ach, Mann, ey. So schlecht. Ne, ich seh den auf der Minimap und dreh mich trotzdem weg. Mann, ey. 7-8 jetzt. Komm schon. Join in. Oh, wie gewinnt 84 Tickets. Ich kann doch nicht gewinnen. Wir können doch nicht gewinnen, wenn ich negativ bin. Mindestens neutral. Hä, hier war doch eben einer. Mann, ey. Hat der sich ausgelockt? Hä. Wo sind die denn jetzt? Kaum. 12, 9 Tickets nur noch. Komm schon, lass mich noch ein paar Gegner finden. Please. Oh Mann, ey. Was für eine Kack-Runde eigentlich. Da haben wir noch einen. Jetzt. Nur nicht sterben. Dann sind wir wenigstens neutral. Auch wenn nicht gut. 8-8. Äh, nee. Jawohl, hier. Jawohl, den haben wir auch noch geholt hier. Am Ende ist der Fisch fett. Oder wie auch immer. Das heißt. Ja. Jawohl, Lia. Wie lange war jetzt die Folge? Gar nicht darauf geachtet. Aber ich denke mal, sie ist leider nicht so lang. Aber ich denke mal, das ist schon okay. 11 zu 8 war nicht die beste Runde. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal wieder was Besseres hier an den Start kriegen. Auf jeden Fall bedanke ich mich trotzdem fürs Zuschauen. Und ja, leider ist sie wieder so kurz. Okay. Müsst ihr mal mit leben, ja. Sorry. Aber okay. 11 zu 8. Am Ende nochmal richtig schön durchgerockt. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Tschö!